Joey Heindle, 25, schwebt auf Wolke 7. Im August schockierte der einzige Dschungelkönig seine Fans mit der Nachricht, dass er und seine Frau Justine Gippel sich getrennt hätten. Die Ehe der beiden hielt nur ein Jahr. Als Joey nun ein Foto von sich und einer Frau postete, wurde gemunkelt, dass es sich um die Eistänzerin Ramona Elsen nahhandle. Nun bestätigt der Sänger die Liebesspekulationen und zeigt, wie glücklich er mit seiner neuen Flamme ist. Im Gespräch mit Boulevard offenbarte der ehemalige DSDS-Kandidat, ja, ich liebe sie, die kleine Maus. Die beiden hätten sich Ende vergangenen Jahres kennengelernt und seien seit einigen Monaten liiert. Er und seine neue Freundin seien auf der gleichen Wellenlänge und verschwinden sich hervorragend. Sie macht mein Leben jeden Tag besser und das genieße ich total, berichtete Joey. Der 25-Jährige kam gar nicht aus dem Schwärmen für die neue Frau an seiner Seite heraus, sie ist ein ganz, ganz, ganz wundervoller Mensch, meinte er. Fans werden schon bald mehr von dem Glück der beiden zu sehen bekommen, Ramona wird in Joys neuem Musikvideo mitspielen, das Ende März veröffentlicht werden soll. Instagram, Joey Heindl, Joey Heindl, Hand in Hand mit einer Frau, anzeige Instagram, Rami Elzener, Ramona Elzener, Eistänzerinnen, zeige Instagram, Joey Heindl, Joey Heindle, Sänger, anzeige 634, klar. Er wirkt sehr verliebt, 1273, nee, vom Heiraten hat er sicher erst einmal die Nase voll. Tipps für Promiflash